So meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einem neuen Film von Tülich Landwirtschaftssamilater, hier jetzt bei mir auf meinem wunderschönen Kanal, wir setzen natürlich wieder die wunderschönen Helfer ein, die uns hier ein bisschen helfen beim Grubern, beim Sehen, beim sonstigen Arbeiten, Mensch die Maschinen sind dreckig. So, C, in Ansicht, so ist natürlich das Wichtigste, wir haben unsere zweite Setor und wir müssen diese Maschine jetzt zu Feld 14 bringen und da losgrubbern. Dann fahren wir mit dem Mähdrescher, fahren wir dann zu unserem Anhänger und beladen die, so. Die dort da stehen, das ist okay. Den brauche ich nicht, den brauche ich nicht, den brauche ich, so. C. Die Frage ist jetzt, wo standen die? Da hinten. Oh, so einmal drehen, bitteschön. So. Lohn-Solo. Oh, sind wir teuer. Müssen wir irgendwann mal Geld verdienen, ich fahre. So. Wir brauchen noch einen neuen Trigger. Das steht auch fest. Da ich aber nicht weiß, wie teuer die gerade sind, müssen wir gleich mal gucken. So, C mit der Außeninsicht. Und der eine ist voll okay. Das Rohr ist eigentlich über den Hänger, aber. Achso, Abladevorgang starten. Äh, ja. Okay, gut. Dann eben so. Und dann gucken wir mal, so ein Angebot gibt es Kites. Und Fahrzeuge 45.000. Mit dem kleinen Hügel machen wir an. Wir brauchen aber schon was größeres. Hm, okay. Das heißt, wir müssen eigentlich das Circuit gleich wegfahren. Vorher schauen wir den jetzt zum Putzen. Äh, hier runter. Fahren damit zum Hof. Putzen den erstmal. Der wird aber jetzt sagen, hallo, hier steht mir was im Wege. Wird bestimmt gleich kommen. Das hier können wir eigentlich erstmal ausschalten. Aber wir brauchen keinen Strom. Noch nicht. Fahren wir durch die Silage. Und drehen kurz hier. Dann wird hier mal kurz aufgetankt und sauer gemacht. Unser alltägliches bewährtes Ding. Das war's schon, okay. Stellen wir mal aus. Spinnt mal ne Maus rum? Aber mir spinnt ruhig grad alles rum. Jo, sauer. Gut. Dann kann man damit jetzt hier rüberfahren. Ich wollte grad rückwärts einpacken, aber das lass ich mal lieber. So. Der seht noch ne Weile. Und der hier kurat noch ein bisschen. Aber wir brauchen jetzt das Geld. So. Abkuppeln. Und jetzt ist es natürlich die Frage. Äh, das ist nicht. Doch. Transportfirma. 736. Das ist okay. Wo ist die? Ui. Das ist schon ein weiter Weg. Haben wir noch was im Lager davon? Ne, gut, okay. Aber wir brauchen hier eindeutig einen stärkeren Motor. Das steht fest. Das heißt, wir brauchen schon ne starke Maschine. Und sehr, sehr viel Geld. Das steht jetzt, äh. Als nächstes auf dem Plan. Oh. 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 So, jetzt ist natürlich die Frage, wo kommen wir jetzt hier lang? Ich weiß nicht, wo wir jetzt hier lang fahren. Ich find's geil. Die ganzen kleinen Strecken hier lang. Hat schon was an sich. Einmal ne kleine Brücke. Da wollen wir drüber fahren. Wenn wir drüber kommen. Wenn wir jetzt hier runter fliegen, hier geht so viel Geld krachen. Passt. Also, hier oben wäre dann der Abholzbalz. Oh Gott, aus, glaube ich. Ist am besten. Jo. Ist am besten geradeaus. Immer geradeaus. Und dann die letzte Straße. Abbiegen. So. Wenn sie auch gleich hier planen können, dann hätten wir was zum Aufladen gebraucht. Und das haben wir leider nicht. Sehr schade. Oh, ich muss da noch einkaufen. Also, ihr seht, die Uhrzeit. Ich hab natürlich heute wieder Nachtschicht. Deswegen hab ich auch Zeit. Also, ich nehm eigentlich immer nur zur Nacht. Oder wenn ich frei habe, auf. Das ist natürlich selbstverständlich. Und ich wollte eigentlich Sims aufnehmen. Aber die haben gesagt, nö, wir brauchen erstmal ein Update. Und dann hab ich gesagt, gut, lass mal. Wir spielen jetzt Landwirtschafts-Simulator. Lange nicht mehr gespielt. So muss es sein. Auch nicht lange. Zehn Minuten vielleicht. Das heißt, wie langt das hier ab? Ich fahr dann runter nochmal. Lass ihn erstmal weitergruben. Die andere Maschine. Mal gucken. Irgendwas wird sich schon finden. Vielleicht haben wir... Das geht damals noch nicht. Wir haben dann noch einen Träger. Leistung. Wir haben hohe Leistungsansprüche. Das haben wir auch schon gemerkt. Das haben wir auch gesehen. Und dann hier rein. Dann gucken wir mal, wie viel Geld wird es wohl geben für das bisschen hier, was wir jetzt hier abladen. Wir haben noch... Oh, eine starke Maschine. Ja, ich hätte hier reinfahren müssen, ne? Guck mal, wir fahren mal hinten rein. Ich wollte eigentlich gerade umdrehen, aber... Oh, geht der Blicker kurz. So, dann gucken wir mal. Was gibt es denn hier so schönes an Geld jetzt? I, auskippen. Wie jetzt? Dafür gibt es kein Geld, hä? Ach so, das ist ja... Ach so, ja, das war ja... Mit dem Zug jetzt hier loszuschicken. Genau. Können wir ja nicht selber fahren, aber den müssen wir hier losschicken. Na, dann schicken wir den gleich mal los. Dann gucken wir mal, was es an Geld gibt. Und ob wir uns irgendwas leisten können. Licht an, Licht an, Licht an, wo ist Licht an? Gibt's nicht. Hä? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Klar muss ich jetzt warten, das steht fest. Ich fahre dann mit dem Auto zurück. Hm. Ist das verbuggt? Das war ja richtig scheiße. Das Büffeld umsonst gehabt jetzt. Ich will mal sehen und sagen, das ist in meinem nächsten Part. Ich fahre jetzt nochmal schnell zurück. Kringen wieder alles an. Und werde mal gucken, wie viel Geld wir dann haben. Und dann würde ich sagen, wenn ich da ganz gut gefallen habe, gibt den Download. Und wenn ich da nur noch eine Runde schriffe, dann kommt darüber natürlich, wenn ich davon sehen würde, oder auch nicht. Dann müssen wir nichts mehr sagen, wenn ich davon bin. Tschau. Tschau. Bis zum nächsten Mal.